Und die Kinder-Curie, oder wie man sie nennen soll. Die Gruselige halt. Don't forget you, Judy. Die Gruselige halt. My duty is to keep this gate closed. Die Gruselige. Leave this gate to me. The rest of you, hurry and escape. But what about you? I must stop the Calamity. Or else it will happen again. Don't worry about me, Judy. You must go. Motherfuelige, come on! Miku. I must stay. What are you saying? I think I can help her. I think I can help her. Miku, Miku won't without me. The whole time Kyrie was guiding me, I could hear her screaming. Screaming for help. As the rope shrine made it, she was destined to seal the gate. Yet she also wanted to be with the one she loved. But she couldn't have both, and was being torn apart by those two feelings. Which resulted in the calamity. Her spirit was touched by the malice, and she became a creature that wanted to make others suffer as she had. Now free of the malice. She is about to fulfill her duty as the rope shrine maiden. Her soul must remain here. Keeping this gate sealed off for all eternity. All alone. This is so terrifying. Endless pain. As long as she is free of pain. As long as she is not left hopeless. I wish to be by her side. I wish to be by her side. Going back to where they belong. Miku. I now realize why I was brought here. And I will accept this destiny of mine. Miku. Thank you. For everything. Every sentence that day. I started seeing things. That other. Oh. Ja. Da ist der Muller hat immer wieder abgestürzt. Ja. Seit dem Tag sieht sie keine Dinge mehr, die andere nicht sehen. Und das ist perfekter Zeitpunkt. Denn ja, das Spiel ist zu Ende und danach kommt nichts mehr. Außer das Ranking würde danach noch kommen. Aber ich denke mal, wir haben ein Ranking B gekriegt. Wir haben ein bisschen lange gebraucht, haben aber relativ viele Punkte zusammengeschossen und so. Und ja. Da brauche ich jetzt auch nicht mehr hier irgendwie das nochmal machen und dann so, ne. Ihr versteht schon. Ja. Ich hoffe euch hat dieser Walkthrough gefallen. Mir hat dieses Spiel sehr sehr gut gefallen. Ich finde die Atmosphäre ist einfach top. Es ist... Ja. Eigentlich ist es relativ leicht gewesen. Hm. Ja. Ja gut. Ich habe es auch auf leicht gespielt, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall ein super gutes Spiel. Und ja. Ich würde sagen, ähm. Hat sich gelohnt, dass ich das gezockt habe. Und ja. Ich freue mich, dass ihr euch das alle angeschaut habt. Und ähm. Ich hoffe ihr werdet auch bei meinem nächsten Walkthrough wieder dabei sein. Und zwar von Silent Hill 4. Hier. Das Spiel habe ich sogar schon hier. Und das werden wir dann spielen können. Aber ich glaube es ist nur die englische Version. Ja. Egal. Müssen wir halt englisch ein bisschen. Passt schon. Ähm. Gut. Die ersten Parts von Silent Hill 4 kommen in... Ja. Wenn alles glatt geht in... Ein paar Tagen. Ich muss jetzt nämlich wieder arbeiten. Ganz viel. Ja gut. Ich denke ich werde... Ja genau. Ich werde Samstag. Da habe ich Nachtschicht. Dann werde ich Samstag die ersten Teile aufnehmen. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das zeitig schaffe. Ne. Alles klar. Äh. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und äh. Ja. Man sieht sich dann beim Silent Hill 4 Walkthrough wieder. Bis dahin. Alles Gute.